Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem weiteren Quick Guide Tutorial in H1Z1, mein Name ist LostAiming und heute werde ich euch zeigen, wie ihr eins der, man könnte fast sagen, wichtigsten Items oder auch wichtigsten Gegenstände im ganzen Spiel herstellen könnt und zwar geht es hierbei um die Axt. Um diese herstellen zu können, braucht ihr natürlich das jeweilige Rezept dazu, das erhaltet ihr, wenn ihr folgende Ingredients, also Zutaten zusammenfügt, das bedeutet einen Woodstick, den ihr ganz einfach im Wald sammeln könnt und einmal Scrap Metal, was ihr von Autos bekommen könnt, wenn ihr dort zum Beispiel mit einer Brechstange dagegen schlägt, dann bekommt ihr das oder ihr es einfach in der Spielwelt findet. Wenn ihr das habt, könnt ihr dazu das Rezept erstellen, beziehungsweise auch mit den jeweiligen Zutaten eine Axt bauen, mit der ihr vielseitige Möglichkeiten habt. Auf der einen Seite könnt ihr damit zum Beispiel Bäume fällen, um euch Feuerholz zu beschaffen und daraus auch sogenannte Woodplanks zu craften, mit denen ihr weitere Bauelemente besitzt. Des Weiteren könnt ihr mit der Axt auch gejagte, beziehungsweise erlegte Tiere häuten und auch ausweiden, um das jeweilige Fleisch zu bekommen oder auch Zombies natürlich damit niederstrecken und auch diese damit auseinandernehmen, um zum Beispiel Stoffstücke herauszubekommen. Natürlich könnt ihr auch aber einfach hergehen und den nächsten Survivor umkloppen. Ja und das war's auch schon wieder mit diesem Quick Guide zu H1-Z1. Wenn ihr euch geholfen habt, dann lasst da einen Daumen nach oben da und schreibt doch mal unten in die Kommentare, welches Erlebnis ihr so mit der Axt gemacht habt. In diesem Sinne, behalt euer Ziel immer im Auge. Euer Last. Ja und das war's auch schon wieder mit der Axt.